Es funktioniert! Könnt ihr mich? Jetzt muss ich nur noch drauf warten, ob mich jemand hören kann. Ich drehe mir mal ein Kippchen in der Zeit und warte mal darauf, dass der eine oder andere reinkommt. Aber ich kann ja auch ohne, dass jemand dabei ist, gerade einfach mal das tun, wonach mir gerade ist. Ah, der Popper sieht mich und die Carmen sieht mich auch und hört mich. Das ist schön. Ich habe mich hier gerade hingesetzt, weil mir gerade da einfach noch war. So völlig ohne Plan und irgendwelche Absichten. Es war mir einfach gerade da noch live zu gehen. Vielleicht einfach, um ein wenig von dem zu teilen, was ich gerade so habe. Und was ich gerade habe, das lässt sich halt eben nicht so leicht beschreiben. Und vielleicht bin ich hier gerade und sitze hier, um von euch irgendwie die passenden Stichworte zu finden, um es auch für mich irgendwie begreifbar zu machen. Schön, hallo, hallo. Ich kann schon wieder überhaupt nicht sehen, wie viele Leute dabei sind, aber ich sehe, dass ein paar Leute mir hier halt eben hallo schreiben und deswegen hallo zurück. Keine Ahnung, wo kann man das denn sehen? Ich weiß es nicht. Nicht so wichtig. Macht nichts. Ist auch egal. Das ist der Punkt. Es ist gerade irgendwie alles egal für mich geworden, irgendwie. Also nicht gerade, sondern so in den letzten Tagen empfinde ich das Leben in einer Form, von der ich schon sehr lange so darüber gesprochen habe, dass eigentlich mal alles gleichgültig sein sollte, sprich nichts mehr wichtiger ist, als irgendwas anderes. Und irgendwie bin ich an dem Punkt schon ein paar Mal gewesen in meinem Leben. Aber im Moment in einer Form da drin, wie ich das so noch nicht... Ich laufe die ganze Zeit nächelnd durch die Gegend. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Da ist was von mir gefallen. Vor allen Dingen mal wieder das Gefühl, dass ich irgendwas tun müsste. Das ist jetzt irgendwie... Und das war halt auf jeden Fall definitiv in den letzten Wochen sehr wohl. Mitunter auch sehr intensiv nochmal da, auch wenn ich mich nicht unter Stress gesetzt habe. Ich habe die ganze Zeit gern getan, was ich getan habe. Aber da war so ein Antrieb da, wo jetzt einfach irgendwie nur so ein Flow ist. Und so etwas Felsenfestes in mir. Eine Gelassenheit in Bezug auf alles Mögliche, vor allen Dingen aber auch auf diese Gesamtsituation. Also ich kann euch das einfach mal so ein bisschen... Ich erzähle es einfach mal so, wie mir das durch den Kopf geht. Ich glaube, dafür mache ich das auch gerade. Einfach so, so ein Zwischending, mal was anderes gerade hier. Ich hätte jetzt auf Twitch gehen können und wieder Werbung machen können dafür, dass ich auf Twitch jetzt live gehe und blau. Und alles irgendwie... Hier, das reicht auch, um mir das... Meine Gedanken zu digitalisieren. Ich habe seit... Vor letzter Nacht... Eine Ruhe in mir, eine Gelassenheit in mir, eine Egalität in mir... Die sich so geil anfühlt. Die fühlt sich einfach nur geil an. Und es ist halt eben auch... Also ich merke, dass das alles irgendwie mit dem zusammenhängt, was gerade so ist. So, und es ist ja das, was gerade ist, bei jedem irgendwie anders. So, für die einen ist das Riesenkatastrophe, für die anderen nicht so eine große Katastrophe. Für andere Leute ist das hammergeil. Ist was, wo wir sagen, ey, haben wir seit Jahren drauf gewartet, dass sowas endlich passiert. Dass aus welchen Gründen auch immer, aber das Hamsterrad endlich mal stehen bleibt. Und wir Zeit wieder für uns auch finden und Zeit zur Besinnung finden. Zeit und Gelegenheit finden, quasi zur Umkehr. Und durch etwas regelrecht dazu genötigt sind, uns auf uns selbst zu fokussieren. Immer mehr. Und nicht nur so... Vielleicht habt ihr meine letzten Videos so aus den letzten Tagen gesehen. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht... Auch die Videos, die habe ich ja gemacht, weil ich den Impuls dazu hatte. Und mir gedacht, das ist für irgendwas dienlich. Und natürlich hatte ich zuerst irgendwie gedacht, das ist dienlich für alle. Und das könnte uns allen helfen. Und dem einen oder anderen tut es das ja auch. Aber vor allen Dingen hat es halt eben wieder mir geholfen. Ich habe von Video zu Video zu Video Erkenntnisse gehabt, die sich in mir festgesetzt haben. und mir eine Leichtigkeit geschenkt haben, von der ich hier gerade quasi rede. Also für mich hat sich, seitdem dieser ganze Corona-Wahnsinn angefangen hat, eigentlich gar nicht wirklich großartig was geändert. In meinem Leben hat es nicht viel... Also ich hätte jetzt auch so, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätte ich einfach die Zeit genossen und die Gelegenheit, hier sein zu können. Internet genießen zu können, ein Zimmer zu haben, das mir zur Verfügung gestellt wird, weil man mich kennt und weiß, was ich tue und mich darin gerne auch unterstützt. Und vor allen Dingen auch beim Tätowieren. Man lässt sich dann auch gerne im Gegenzug tätowieren. Ich finde es hammergeil. Weil so ist das alles eine Win-Win-Situation. Es ist aber nicht nur hier so. Es ist auch... Ich bin sehr viel in den letzten Wochen bei meiner Freundin Martina gewesen, die für mich auch einfach ein unheimlich wichtiger Mensch in meinem Leben gewesen ist. Wenn du noch zuguckst, hallo, grüße. Die mich unterstützt, wo sie nur kann, was sie eigentlich genauso wie die beiden anderen Mädels hier einfach machen, indem sie mich machen lassen. Indem sie mich machen lassen. Indem sie mich ich selbst sein lassen. Und mich mein Ding machen lassen. Und mir dafür aber die Möglichkeit geben, hier einen Raum zu haben. Also jetzt nicht nur dieses Zimmer, sondern Raum, um das auch machen zu können. Indem ich mich ausleben kann. Indem ich sein darf, wie ich bin. Und dann ist da halt die Melli, mit der ich halt eben auch im Moment sehr, sehr intensiv zusammen arbeite. Und wir uns sehr viel austauschen und darüber halt eben mitbekommen, wie tight unsere Gedanken sind, wie synchron wir sind. Wie habe ich das eben beschrieben? Hier, ich bin ganz offen gerade einfach. Wie habe ich es hier geschrieben? Das war das nämlich, hier, weißt du, woran wir beide mich gerade erinnern? An zwei Hockeyspieler, die sich gegenseitig den Puck zu passen, auf dem Weg in dieselbe Richtung. Oder an zwei Eichskunstläufer, die sich im Gleichschritt hin und her, aber nach vorn bewegen. Und die Melli schreibt ja voll drunter. Und das ist, das geht mir gerade auch mit anderen Leuten noch so. Dieses, wo ich halt merke, wir inspirieren uns gegenseitig und helfen uns gerade weiter nach vorn zu kommen. Und dann finde ich diese Videos von der Kassandra im Moment so extrem. Ich persönlich einfach extrem dienlich und hilfreich und inspirierend und ja, keine Ahnung. Und das ist alles irgendwie so. Es zirkelt sich jetzt, also mir tut was total leid. Ich musste gestern den Roman im Stich lassen, der was von mir wollte, was ich ihm so nicht geben konnte. Und zwar, weil ich die Schwingung, die er mir zu tun hatte, nicht wollte und sie auch abgewiesen habe. Und dem Roman halt dann auch gesagt habe, tut mir leid, Bruder, aber ich kann gerade nicht helfen, weil mich das aus der Ruhe rausbringt. Und Roman ist ein wenig ausfallend geworden und war frustriert und enttäuscht, was ich ihm überhaupt nicht vorwerfe, weil mir das eine Nacht vorher wirklich genauso gegangen ist. Eine Nacht vorher habe ich auch genau in derselben Schwingung da gesessen und war enttäuscht, dass ich nicht mehr Unterstützung bekomme. Dann habe ich aber das letzte Video gemacht und mir selber den Text gedownloadet, der das alles hat verpuffen lassen. Und seitdem ich das gemacht habe, interessiert mich gerade auch überhaupt gar nicht, wie viele Klickzahlen diese Videos haben. Dann war gestern Abend der Livestream mit dem Dennis zusammen, auch hier auf Facebook, der auch einfach ruhig und chillig war, wo es überhaupt gar nicht darum ging. Wir hatten keine Hintergründe, also zumindest hatte ich keine. Ich musste den Dennis nicht von irgendwas überzeugen, es war einfach nur offenes, lautes Denken. Und der Roman fragte mich halt noch so, du willst mir nicht erzählen, dass du zufrieden bist gerade, dass du im Frieden bist. Aber genau das ist der Punkt, genau das, was der Roman mir nicht glauben wollte, ist tatsächlich das, wovon ich gerade sagen kann, ich habe gerade einen Frieden in mir. Und was habe ich da eben zuschrieben? Warte. Mit einem Mädel, die ich letzte Nacht im Facebook gesehen habe und mir deren Titelbild so gefallen hat, dass mein Bauch gesagt hat, adde die mal, ist eine von deinen, kann nicht schaden. So, und der hatte ich halt eben noch geschrieben, sie schrieb mir das eben in der Truppe unterwegs, und auch halt eben dieselbe Schwingung, wir hatten direkt irgendwie ein nettes Gespräch eben. und dann habe ich eben gepostet, verstehst du? Nun, ich freue mich auf jeden Fall sehr, grüß mir deine Truppe, ich bin sicher, unsere Wege werden sich auch noch kreuzen. Und dann zelebrieren wir den Frieden, in Klammern, in uns, den wir so lange im Außen gesucht haben und versucht haben, irgendwie im Außen dran zu, versucht haben, die Welt zu befrieden und gerade verstehen, dass er in uns ist, also ich verstehe es zumindest gerade, und sich im Außen zeigt, wenn wir ihn in uns fühlen, was absolute Logik ist, weil wenn ich wirklich friedlich bin und gerade nicht irgendetwas hinterherjage und irgendwas verändern will und irgendwie die Welt retten will oder sonst irgendwas, sondern mich mit meinem inneren Frieden beschäftige und mich darauf konzentriere, dann habe ich mein siebeneinhalb Milliardenstel, wie viel auch immer, meinen Teil für den Gesamtfrieden getan und mehr kann ich nicht. Ich war auch schon wieder auf einem Missionierungskurs, ich war auch schon wieder dabei, den Leuten die richtigen oder die nötigen oder wo ich dachte, die nötigen Denkanstöße zu geben und dass sie sie haben, weil ich auch weiß, dass wenn man umdenken will, dann die halt auch braucht und das kann man ja nicht umdenken, weil man muss ja erst mal die anderen Denkanstöße haben und so. Aber ich kann es gerade nicht anders beschreiben. Was bei mir gerade so ist, ist, dass ich wirklich eigentlich überhaupt gar kein Problem mit dem Außen gerade habe. Die Welt war schon immer scheiße. Seit 15 Jahren bin ich dabei, irgendwas zu verändern und letztendlich, oder habe ich das beschrieben, was zu verändern und irgendwie habe ich das gerade verloren. Irgendwie bin ich gerade irgendwie so in mir angekommen und habe meine Nase so auf meinen Frieden. Es war wirklich die letzten anderthalb Tage komisch für mich. Da war was und ich konnte es nicht beschreiben, aber ich musste die ganze Zeit vor mich hingrenzen. und auch eben, ich komme runter in die Küche und stehe da und Elke guckt mich an. Was? Was? Und ich so, keine Ahnung. Ich wollte einfach ran und runterkommen. Hallo sagen. Aber sitzt da oder steht da und grinst wie ein Honigkuchenpferd und kann es nicht beschreiben. Beziehungsweise doch, dann hatte ich halt gesagt so, ich sage, mir geht es einfach total gut gerade. Mir geht es seit anderthalb Tagen sowas von gut, weil ich gerade nicht mehr das Gefühl habe, irgendwas machen zu müssen, weil ich, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendwas anderes gerade tun und sein zu müssen, als das, was ich eh tue und bin. Boah, ich hoffe so sehr, dass ich dieses, das ist so geil, das ist, ich brauche gerade gar nichts. Da geht mir Modi durch den Kopf, der gesagt hat, einer, jemand, der wirklich glücklich ist, der braucht gerade gar nichts, nicht mal von Gott. Ich bin gerade in höchstem Maße dankbar für alles, was ich habe und nutzen kann und darf und sein darf und für diese sehr aufregende Zeit, in der wir gerade leben, die mich aber gerade gar nicht mehr aufregt, die mich bis hier, bis vor anderthalb Tagen auch sehr aufgeregt hat oder erregt hat. Spannend war es die ganze Zeit, aber ja, jetzt habe ich, ja, ist halt eine spannende Zeit, chill. Ich meine, die Zeiten waren eigentlich immer spannend und jetzt zirkelt es sich halt eben auf was zu und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir gerade durch den Gebärmutterhals durch in den Frieden gehen und als Frieder wieder uns wiederfinden und einfach als Geschwister und irgendwie vielleicht bin ich da gerade einfach durch diesen Kanal durch. Frank Schmidt schreibt, hey, hey, der Seelenfrieden ist bei Gott. Ja, wir sind Gott. Das ist genau das, worum es die ganze Zeit geht, wenn wir uns mal selber wiederfinden. dann gibt es eigentlich in dem Moment tatsächlich auch gar keinen Grund, im Unfrieden zu sein und ich würde vor allen Dingen dem Roman gerade so sehr wünschen, dass er das auch ganz schnell findet, weil er dann auch für alle eine wesentlich größere Hilfe ist, als wenn er gerade frustriert irgendwo sich zurückzieht und irgendwie vergnusen muss, dass die Welt gerade nicht so will wie er. Die Welt wollte noch nie so wie ich, aber seit anderthalb Tagen ist mir da völlig egal. Die Welt soll nicht so wollen wie ich. Also ich meine, das war halt auch da sowieso, ich sage es ja sowieso immer, macht bitte euer Ding. Die Welt soll bitte so sein, wie sie sein will. Aber ich möchte in dieser Welt auch einfach so sein, wie ich sein will und genau das bin ich gerade. wieder ein Haufen wirres Gerede, ne? Ich war ja so, das, ja, keine Ahnung, läuft hier nicht nach Skript oder sonst. Ich habe auch eben nicht mir überlegt, was ich sagen soll, wenn ich live gehe, sondern ich bin eher live gegangen, um das festhalten zu können, wenn ich mich jetzt gerade da hinsetze und einfach kurz mal meditativ meinen Maul aufmache und laut denke. Ich wünsche euch das so von Herzen, wenn ihr es nicht gerade auch fühlt, dass ihr ganz schnell da auch hinkommt. Weil es ist so, es ist so überhaupt gar nicht schwer. Ich kann gerade aus der Position sagen, dass ich nichts tue dafür. Ich mache nichts, nichts Unmenschliches oder Übermenschliches, um diesen Zustand genießen zu können. Und ich konnte auch irgendwie nichts dafür tun, bis auf alles, was ich tun konnte. und irgendwann einfach auch in einer gewissen Weise aufgeben, zumindest meine Mission aufgeben, meine Ziele aufgeben und das zu tun, wovon ich seit einem Jahr schon rede, nämlich dem Flow folgen. Dem zu folgen, was ist und daraus das Beste zu machen. Meine kleinen Pläne und sowas halt alles einfach mal fallen zu lassen. Und das ist auch was, was mir nicht neu ist. Ich weiß seit ewig schon, dass Frieden sich immer einstellt, wenn wir in dem Moment, wo wir aufhören, irgendetwas hinterher zu jagen, irgendwelche Ziele zu verfolgen. In dem Moment, wo wir ein Ziel erreicht haben, sind wir zufrieden und im Frieden, weil wir das Ziel gerade erreicht haben. Und der Unfrieden stellt sich in dem Moment wieder ein, wo wir anfangen, dem nächsten Ziel hinterher zu jagen, statt einfach das Leben zu genießen und den Weg zu gehen. Nicht aufs Ziel ausgerichtet, sondern um den Weg zu gehen, der uns an sämtliche Ziele bringen wird, die wir uns nur träumen können, wenn wir denn auch unseren Weg gehen und nicht zur Arbeit, sondern dahin, wo es uns hinzieht. Das machen, was wir wollen. Das machen, was wir wirklich erleben wollen. Nicht für irgendwen, nicht für den Weltfrieden, nicht für irgendeinen. Ich war 15 Jahre lang Weltfriedensinstallateur und ich glaube, ich habe vorgestern oder gestern einfach meinen Job an den Nagel gehängt. Ich brauche das nicht mehr. Da ist so viel Liebe in mir gerade und Dankbarkeit und Wertschätzung für alles, was gerade ist. Auch die scheinbar schlechten Sachen, weil wenn ich eins gelernt habe, ist das nie, was bleibt, wie es ist. Und ja, ich habe auch gesagt, lasst es nicht einfach dazu kommen und bla bla. Ja, aber eventuell ist ja vielleicht genau das, wovon ich gerade rede, auch genau das, wovon ich gesagt habe, wäre cool, wenn wir da mal hinkommen, weil in dem Zustand bist du definitiv weit weg davon, irgendwem zu gehorchen, wenn mir jetzt jemand kommen würde und mir sagen würde, den würde ich glaube ich sehr unverwandt angucken und fragen, ob der einen an der Waffel hat. Da sind wir dann letztendlich auch mit dem ein, ja, keine Ahnung, Faden verloren gerade. Ja, die Pia schreibt gerade so treffend, auch wenn wir uns versteifen, werden wir ans Ziel kommen. Auch das sich versteifen ist ein Teil des Weges, ja, und irgendwann lernst du dann auch relaxed ans Ziel zu kommen, ohne zu versteifen und wie stressig das Versteifen eigentlich war. Darum geht es, es geht nicht darum, ans Ziel zu kommen, das habe ich gerade, das sagte ich ja gerade, wir kommen auf jeden Fall ans Ziel, aber wir können vollständig ohne Anstrengung dahin kommen. Und das ist was, was viele so noch nicht großartig kennengelernt haben und ich auch wirklich irgendwie erst mal erst kennenlernen musste, weil man mir halt eben mein ganzes Leben lang vermittelt hat, ich müsste zielstrebig sein, ich müsste doch Ziele in meinem Leben haben. Ja, die geilsten Zeiten habe ich erlebt, wenn ich gerade kein Ziel hatte und habe damit das Masterziel überhaupt, nämlich das Leben genießen zu können. Da ist auf einmal alles andere egal. Und da ist es halt eben, da ist genau der Punkt, da ist alles andere egal, da ist alles andere gleich wichtig. Und nichts wird mehr wichtiger als was andere, wodurch man ständig irgendwie immer den Eindruck bekommt, man müsse jetzt da, was man, weil das ja wichtig ist. und das ist wirklich nur antrainiert. Die Martina schreibt, lese 2020, ich hoffe, das meinst du jetzt nicht als, also jetzt werde ich hier definitiv nicht, wer 2020 hören möchte, der kann es nicht auf YouTube anhören. Es wird übrigens ins Englische jetzt, also ich habe es ja schon ins Englische übersetzt und übersetzen lassen und überhaupt und die englische Version liegt ja auch schon lange vor. Aber es gibt noch kein englisches Hörbuch und ich bin gestern angeschrieben worden und gefragt worden, ob jemand das einlesen darf. Und ich so, ja, bitte gerne. Auch das fließt, einfach ohne, dass ich mich dafür anstrengen müsste. Ich brauche es jetzt nicht selber einzulesen, ich brauche nicht jemanden zu finden, der es tut, sondern es hat sich jemand gemeldet, der sich regelrecht drum reißt, es zu tun. Das ist genau der Punkt. Ich sehe gerade, wie alles eh fließt. und lass mich so gerne tragen in diesem Strom, statt gegen den Strom zu schwimmen, wie ich das mein Leben lang gemacht habe oder aus dem Fluss auszusteigen. Nur ist das ein anderer Strom. Das ist nicht mehr der Systemstrom, das ist der göttliche Strom gerade irgendwie, der alles andere irgendwie mit beinhaltet. Könnt ihr mir gerade irgendwie folgen? Ich habe so irgendwie den Eindruck, ich mache mich wieder bei einigen Leuten unbeliebt, wie gestern beim Roman, was mir wie gesagt wirklich sehr leid tut, aber ich gerade in dem Moment dem Roman nicht entsprechen konnte, weil ich mir dann das wieder irgendwie kaputt gemacht hätte und doch gar nicht wusste, wie ich krass. Das Leben könnte so leicht sein und so einfach, wenn wir es nicht ständig verkomplizieren würden. Und genau so empfinde ich das gerade. Das Leben ist gerade einfach leicht, was ich gerade für mache. Dann bin ich heute um 2 Uhr gefragt worden, ob ich um 4 Uhr nicht rüberkommen möchte zum Tätowieren und ja, ja, gerne, super cool, bin ich um 4 Uhr hingegangen, aber 2 Stunden tätowiert. Und ja, keine Ahnung, bin happy. Wie gesagt, ich kenne den Zustand und das Gefühl durchaus, das habe ich oft erlebt in den letzten 15 Jahren, aber irgendwie nicht so wie jetzt. Irgendwie habe ich mich von was befreit und mich dadurch befriedet. es ist irgendwie so, es ist noch so schwer auszudrücken für mich gerade, obwohl ich weiß, dass ich es tausendmal alles schon gesagt habe, aber ja, deswegen war es mir gerade einfach mal ein Anliegen, dass mal live, oder nicht live, das ist einfach jetzt hier gerade mal, war für mich jetzt gerade noch leichter, als es irgendwie mit OBS und bla 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 und allem Möglichen zu machen, da wäre ich schon wieder viel zu sehr im Kopf gewesen, gerade ist wirklich so Bauch, deswegen auch gerne wirres Gerede, gerade, muss keinen Sinn ergeben. Das hat alles einen Sinn, das ist der Punkt. Ich erzähle es aus dem Sinn heraus. Ich bin voller Vertrauen. Ich habe gerade nicht den leisesten Impuls, mir über irgendetwas Sorgen zu machen. ja, geil, 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 einfach. Das kannst du für Geld nicht kaufen. Ach, schön. Ja, toll. Danke, dass ich die Gelegenheit hier auch habe, das einfach so zu machen und ich wollte es einfach mal gerade getan haben. Jetzt merke ich das jetzt so und ich glaube, jetzt spiele ich ein bisschen Dawn of Man, einfach weil ich da Bock drauf habe. Ich lasse einen dicken Friedensfinger für euch da, lasst es euch gut gehen und danke, dass ihr meinen Gedanken gerade gefolgt seid und vielleicht wenn euch da selber irgendwas in den nächsten Tagen, bitte erzählt es mir, da bin ich gerade sehr interessiert an Feedback, also keiner muss irgendwas, aber sollte euch in den nächsten Tagen irgendwas in Bezug dadurch offen, mich interessiert gerade nicht viel anderes, ich möchte mich mit dieser Ruhe und diesem Frieden in uns beschäftigen, damit wir den dann halt auch in die Welt tragen können, mit der dann in der Welt ist und die Welt immer friedvoller wird. Irgendwie eine Frage von Logik. So rumfährt irgendwie für mich ein Schuh da draus. Hier, tschüss mit F, wollte ich noch gesagt haben. nicht mehr wert, ich hole leis. Vielen Dank.